Sie haben den Ordner des Tages. Die Wundmaschine! Awee, Wundmaschine! Awee, Wundmaschine! Awee, Wundmaschine! Awee, Wundmaschine! Awee, Wundmaschine! Was wird Paschtusidus? Aber nicht geht zum Keimsein, dem ist für Mu sein der Aschole und dieser Russen, die Lettate von dem AWE auf die Eichfolgen, dem Zivoy von Ätsem der Teuf und der Teuf der Teuf zu Heitiv. Wo das eine von den größten Glicken und Ätsem der Teuf gebänt werden bei Bonn und Bonn, die Bruches aller Rauf kommen und bei Peel, hängt das so bei Jäker und man muss auch kommen zu dem Schutte Verschleischung zur Birch des HaShem. In Birch des HaShem bichlau, aber es soll gebächt werden mit Kindern, Bonn und Bonn, und Ruf Guffe soll da sein in den Nefen von Tashir, in den Nefen von Aschirus, dass die Kinder, Ingel und Mädels, was sie sind reich in Köln und Jön im Ruchni, wo das bringt er noch Heche zu sehen der Reichkeit, in Köln und Jön im Gashmi. Wo das kommt sich bei Jäden durch die Bechukesheit der Leiche, wo es mit zwei Seiten schmieren, was sie sind besser. Aber die Kinder, viele Sachen sehen, da werden sie gebächt, und wir Nassati geschmieren, bei Jäter. Und mit der Obdachscheidur von Balschentiva die Gashmi ist, hat man das in der Nefen von Nassati, Köln und Jön im Gashmi. Und noch mehr, das kommt dann bei Jäten, wenn man jung und stark und freilich und wir können aufnehmen der Aschiris, Ruchnis, wie Gashmis in der Nefen von Ayes, Aguf, Böre, und Scholem, in Tachlis, in Tachlis, in Tachlis, in Tachlis, noch mehr, geradeaus Cartensivatel auch die Gudweых in Tachlis, im Tachlis. Vielen Dank.